Falk ist am 6. Februar 1998 um 16.40 Uhr bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Klaus, wie hast du damals davon erfahren oder wie hast du überhaupt diese Meldung aufgenommen? Naja, schon bei den meisten anderen auch aus den Medien. Wir haben uns noch gar nicht so lange vorher getroffen und das Witzige ist ja, dass er das, was er in seinem Text des nächsten Hits dann, Out of the Dark, geschrieben hat, muss ich denn sterben, um zu leben. Wo dann alle gesagt haben, mein Gott, wie prophetisch der alte war. Das war ein Unfall. Wir haben damals Amadeus umgetextet. Es war 1985 und es war in Wien. Ich war die Nummer 1, die ich heute wieder bin. Ich war so exaltiert. Genau das war mein Flair. Doch in Österreich muss man sterben. Dann is war wieder wer. Heute bin ich Superstar und bin so populär. Das wäre mir nie passiert, wenn ich nicht gestorben wäre. Früher haben sie auf mich geschissen, die Presse mich zerrissen. Die Plattenfirma sagt, man muss wissen, man muss wissen, wann man gehen muss, wann man gehen muss. Das war der Abgesang auf dem Falco. Er hätte sich gefreut darüber.